Die lässige Aktion hat ihn Bruno in den Hut weggenommen und das hat auch einen Grund gehabt und was jetzt in dem Hut drinnen ist, ist für euch alle eine kleine Anerkennung und vielleicht ein stilles Dankeschön, dass der Bruno mit seinen Filmen und mit seinen lässigen Fotos auch eine große Bereicherung darstellt. Ich werde jetzt den Hut bitte nicht aufsetzen, ich darf dann so geben und das ist ein kleines Dankeschön von seinen Schätzen. Danke, danke. Ja recht, herzlichen Dank. Danke, danke. Danke, danke. Danke.